Hey Freunde, kurz vor dem Film, boah, kurz vor meine Freunde, unser guter alter Filsmeister ist der Meinung, dass Rapper sich nicht prügeln sollen. Ja, Flesi, was sollen die Rapper denn sonst machen, wenn es die natürlich nicht gegen Bösemann kämpfen soll. Was sollen die sonst machen? Sollen die in den Club gehen und um die Wette Flaschen bestellen? Wer mehr Geld hat, wer am Ende 100 Millionen Flaschen auf dem Tisch hat, oder am meisten Geld ausgegeben hat, gewonnen? Wollen die ein Flex-Battle machen? Oder wer hat zuerst den Gucci-Store wegge... Alles gekauft aus dem Gucci-Store, aus dem Louis-Tour-Store, oder wer hat alle Rolexe gekauft, oder was? Oder wer hat die meiste Energie im Raum, oder was für ein Flex soll denn das sein, Flesi? Das ist dein Flex. Oder dein Mode-Flex, oder dein Energie-Flex, was auch immer, das ist dein Knacks, den du hast. Aber andere Leute wollen es halt mit den Fäusten kennen, weil es halt Street-Menschen sind. Okay, Bösemann, der Riefe, ja leider jetzt nicht, aber so ein Ziehner, der möchte halt die Sachen auch mal frontal klären. Da geht halt nicht immer alles mit Energie und Modemagen und so. Da musst du hier nicht die Karl Lagerfeld draus hängen lassen. Das ist einfach nicht dein Gebiet, diese Streetser, also lass doch mit dir sein, Mann. Okay, meine Freunde, ist fast wieder von einem Buss. Aber wenn du gleich nicht vergisst, meine Freunde, bis zum nächsten Mal, meine Freunde.